Was ist das, was es ist? Der sucht sich den Dreck selbst? Ne, den Dreck nicht. Er scannt den Raum mit den Kameras ab und teilt sich den Raum in verschiedene Flächen ein und teilt dann die Flächen ab und rein. Der sucht sich den Dreck. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.